Animation, was bedeutet das eigentlich? Animation bedeutet, Bildern durch Bewegung Leben einzuflößen. Und wie genau hat das dann auszusehen? Dem sind keine Grenzen gesetzt. Ja, es gibt unzählige Arten und Weisen. Ob als Zeichentrick, am Computer animiert oder mit Hilfe von Stop Motion. Bei dieser geht es zum Beispiel darum, kleine und manchmal auch ganz große Figuren aufzureihen und Bild für Bild zu bewegen. Beim Abspielen wird's ein Filmchen. Das klingt wesentlich leichter als es ist, denn das Ganze kann eine echte Fusselarbeit sein und oft mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern. Aber wer viel Leidenschaft und Geduld investiert, kann wahre Kunstwerke schaffen. Und jetzt viel Glück von Jetko und Hilaros. Sayonara.